Du willst deinen Bauch zusätzlich mit einem EMS-Gerät trainieren? Dann empfehlen wir dir für die vorderen Bauchmuskeln unsere 10 x 5 cm Elektroden. Bei den seitlichen Bauchmuskeln passen unsere 5 x 5 cm Elektroden ideal. Willst du alle Elektroden gleichzeitig nutzen, empfehlen wir dir unser EMS-Gerät Stimpro X9. Für die Sit-Ups legst du dich auf den Rücken, hebst die Beine an, legst die Arme hinter den Kopf und dieser verlässt den Boden. Nun bewegst du abwechselnd die Ellenbogen zum gegenüberliegenden Knie. Du willst mehr zum Thema Sport, Ernährung und gesunden Lifestyle erfahren? Oder bist interessiert am EMS-Training oder der TENS Schmerztherapie? Dann folge uns auf allen gängigen Social Media Kanälen oder besuche uns einfach auf unserer Webseite.